Und Start! Muss mir nur Wheel merken. Alter Verwalter, das ist ja der Hammer! Was hat dieses Spiel eigentlich nicht? Ja, wenn erst mal der Steam Workshop kommt, dann ist die ganzen keine Grenze mehr gesetzt. Ja, gereinlightet ist sie ja schon, ne? Ja, schon lange. Die Musik allein schon. Allein schon. Dreck! Es wäre witzig, wenn man noch unter Wasser weiter kämpfen könnte. Ich bin sicher, es kommt ein Unterwasser-Level. Wir sollten den Entwicklern schreiben. Mach mal unter Wasser, weißt du. Mach mal nicht diese, weißt du. Mach mal unter Wasser. Halt dich mal sau dran fest. Au, au, das tat weh. Das tat weh, au, au, das tat weh. Da bin ich wieder. Alter, wie groß das hier auch ist. Ja, muss mal wieder nach links laufen. Weiter, weiter. Oh, oh, die Planken werden, oh scheiße. Quasi eine Falltür. Ganz mies gerade. Runtergeboxt. Ja man, ja man, ja man. Ich hab schon mal falsch geguckt. Oh, und wieder besoffen aus dem Karussell gefallen. Das kennen wir doch alle. Ich hab vielleicht Schlachtseite. Oh, das ist gierig. Oh, hingefallen. Wo? Das haben wir aus dem Plangang gekriegt. Nein, 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 nein. Das war nur Ausgleich, weil damit ja auch runtergefallen ist. Ja. Sagen wir Ausgleich. Jetzt Pugelchen aus dem Karussell. Aus dem Karussell. Aus dem Wheel. Ah, hier kommt das mit. Mit, komm. Lass meine Hand los, Bitch. Niemals. Wenn man so sich auf dem Karussell prügeln oder so auf drehenden Teetassen, das wird auch noch kommen. Oh ja. Ja, mach mal nicht diese, weißt du. Hier, hier, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Und dann geht er da um. Ah, ich muss mich erst mal ausruhen. Beste. Dreistigkeit gewinnt. Ah, ja, Pause ist... Ah, jetzt... Nein, nein, ich wäre jetzt gerade nicht runtergefallen. U-Bahn. Auch witzig. Nein, das ist der Subway Laden. Mach mal so auf Gleichgewirrung. Bäm! So, das kennt man ja. Leute vor wie U-Bahn-Gleise schubsen, das ist absolut der Trendsport hier. Wie vom Olympus-Gut-Konzert? Oh, fuck, 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 fuck. Es gibt nur einen Durchgang, äh, Hochgang. Der ist hier hinten. Nur muss zu erwähnen, die Bahn kommt gleich von links. Fuck, fuck. Oh, man kommt doch so hoch. Oder auch nicht. Am Ende des Tunnels ist Licht. Das könnte aber ein Zug sein. Ah, du bleibst schön hier. Du bleibst selber hier. Du bleibst selber hier. Du bleibst mit mir. Na? Scheiße. Was sind sie denn? Also Waffen können ich mir echt gut vorstellen. Sind das hier auch Rolltreppen? Nein. Ja, normale Treppen sind ja jetzt nicht. Und da wird er feint. Ausgenockt. Oh, da ist er wieder. Ah, jetzt will er es wissen. Jetzt kriegt er eine. Er geht mit seinen Kegeln. Ja. Ich habe meinen Kegel. Das ist echt Däbel bescheuert. Gibt es eigentlich so ein richtiges Spiel von diesen Strichmännchen-Kampf? Weißt, was ich meine? Wo die Strichmännchen sich überall durchboxt. Das kennst du doch noch. Wie auf dem Desktop oder was? Ja, genau. Diese Flash-Movies. Diesmal geil. Das war wie gesagt ein Movie. Ja, weil es wäre geil, wenn es so ein richtiges Spiel gäbe würde. Ja, das gibt es auch. Aber irgendwie extrem helftisch. Okay. Es gibt aber Spiele, wo du bestimmt Menschen spielen kannst als Kämpfer. Ist aber nicht so mit V-I, ne? Nein, ne. Stickfall. Ja, das wäre alles gut, ne? Ja, wenn es noch so ein bisschen Blut spritzen würde, ne? Weil die Dämer rausfallen, ey. Armer preißen. Ich bin schon mit dem eigenen Arm verprügelt. Jetzt wenn wir beide drauf gehen, dann... Ja, 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 ja. Und weg. Können wir mal wiederkommen? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ja, in der Twilight Zone. Ich habe die dritte Wand durchbrochen im Spiel. Ja, wir sind gerade beim Entwickler zuhause gewesen. Wo wohnt gleich dieser Herr Entwickler? Wo wohnt eigentlich dieser Herr EMP? Nein, das EMP. Nein, das EMP. Ach so, ich bin jung. Ich kusche vom Tatsch-Charakter. Charakter? Uh, ohlala, wir sind in Frankreich. Mon dieu. Da geht der darum. Da geht der darum. Man überlebt, wenn man in den Gleisbett liegt, habe ich öfters gehört. Ja, ich glaube, ich gehe mal runter. Oder nicht. Eindeutig. Eindeutig gewinnt man da. Moment, ich liege da noch. Da reiste die Arme hoch. Wie hoch er die Arme reißt. Street. Street. Auf der Sesam Street. Hier geht es nicht gegeneinander. Sondern? Da. Kommen die raus? Ja. Geil. Ja. Und sie werden direkt hier auf den Sack gehen. Ach ja? Deswegen habe ich ihn schon komplett totgeprügelt. Wenn du einmal tot bist, hier bist du für immer tot. Kann ich ihn in den Müll schmeißen? Nein, da gehe ich jetzt rein. Versteck mich. Nein, ich schmeiße ihn in den Müll. Nein, das tust du nicht. Doch. Verdammt. Doch. Ich nehm es einfach hoch. Du wirst dich da drin nicht verstecken. Lass es los. Ich spiele den Hulk Simulator. Hier kommt eine ganze Gang an. Oh, scheiße. Ja, alle auf mich. Oh, die gehen auf den Daniel los. Die gehen alle auf den Daniel los. Ja, ja, hier. Roundhouse-Kicksal. Dann gehe ich mit drauf los auf die Leute. Ich prüge die einfach mal alle tot. Oh, oh. Jetzt muss ich eine Pause machen. Oh, du bist noch da. Ich hole mich langsam. Ja, erhol dich mal lieber sonst. Hier stirbst du gesagt für immer. Ich geh mal in die Kiste. Erholen die sich auch? Oder kommen einfach wieder neue? Nee, nee. Pass auf. Okay. Okay. Du nimmst alle rechts, ich alle links. Ich nehm also einen. Du und vier. Okay. Warte. Prügel vorne auf einen. Scheiße, helfe, du Fallgeherrter. Oh, 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 oh. Sie haben mich richtig gefistet. Oh, da geht er wieder down mit einer Performance. Ich hab einen Hochleistungs-Laptop. Ich hab ihn Anfang 2010. Da reißen die Armen hoch. Anfang 2010. Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Und wenn ich sag, wo sind die Hände? Das müssen wir gleich nochmal versuchen. Ja. Wir laufen einfach komplett bis zu dem Punkt durch, damit wir sonst alle anderen auch noch verfolgen. Damit wir richtig viel Stress haben. Bei der Groß aus der Tür kommt auch noch. Es gibt einen großen? Es gibt einen sehr großen. Okay. Erst mindestens in drei Kiesel. Muss ich den Level jetzt einfach so neustart? Ja. Ah, okay. Es ist noch Alpha, wie gesagt. Da wird noch ein bisschen Verbesserung kommen. Aufwärts. Der Online-Multiplayer wäre auf jeden Fall überlebenswichtig für das Spiel. Oh, ja. Danke, dass du mir gerade irgendwie verpasst hast. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre Amerika. Nein! Okay. Ja, viel Spaß im restlichen Level, ne? Stoppenden Performance geht natürlich jeder down. Ey, komm, neun Bilder pro Sekunde ist doch top. Der fängt sich. Der fängt sich. So, ich werde jetzt mal es mit allen auf einmal aufnehmen, weil ich ein geiler Typ bin. Wo kommt der Große aus? Der Lagerhalle da rein? Ja. So groß ist der gar nicht. Vielleicht muss man doch jetzt alle anderen mit... Oh, der ist pink! Ja, aber der prügelt richtig um sich. Die Arme sind schon... Oh, ja, da bin ich hingefallen. Leicht Unwucht. Kennt ihr Daumenkino? Genauso spielt sich das gerade. Ja, was? Was, Alter? Was, Junge? Was? Jetzt ist es ein A4-Daumenkino. Oh, da muss ich ganz allein die ganzen Gänge hier niederrotten. Ich kann dir sogar sagen, woran das liegt, dass es stockt. Ich habe... Ah, der Laptop? Nein, ich habe nicht angegeben bei Fraps, dass er alle 4 Gigabyte splitten soll. Das heißt, die Datei wird halt immer größer. Und da muss er natürlich zwischenspeichern. Geht aber natürlich einfacher beim Schneiden. Wohl wahr? Deswegen müssen wir etwas einbußen und in Kauf nehmen. Ja. Machen wir doch mal. Ich will jetzt nicht gleich beim ersten schon sterben. Aber erstens mache ich den ersten... Du machst den nächsten 3 und dann mache ich den nächsten 4. Ach ja? Ich reiße einfach die Arme hoch. Ja! Du könnt doch einfach irgendwas vorlegen, damit sie es nicht rauskriegen. Wui! Oder sie mit Leichen mir schmeißen. Ich verprügelte seine Leiche bis sie tot ist. Geht das Ding hier alleine hochheben? Ich will jetzt mal einfach mal hilfst. Ja, warte. Ich hole die Kiste für die Leichen. Ah, kein Problem. Ich habe mich mal abverstaunt. Ich hole die Kiste für die Leichen, man. Ach so. Machen wir auf die Kiste. Hä? So. Kann ich die aufprügeln? Geht das? Ja. Irgendwie geht die schon auf hier. Scheiße. Ankippen. Jetzt, jetzt. Oh. Oh, jetzt. Ja, und jetzt. Ich habe die Großen schon mal bei der Verbrennungsanlage. Ach, verdammte Scheiße. Vollidiot. Ja, ich habe alles im Griff. Ich verstecke mich hier direkt drin. Ja, weil wir können sie ja seitwärts reinschieben. So, jetzt nehme ich ihn hier. Wuhuuu! Ja, genau. So, ich habe gehört, du machst sie alleine fertig. Ist ja quasi wie bei Family Guy. Oh, da liegt was Süßes. 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 Wo ist sie das hier? Ah! Ich komme mir gerade echt nicht raus. Kommt her! Kommt her! Was wollt ihr? Was wollt ihr? Den ersten gleich umgeboxt. Ich komme mir gerade wirklich nicht raus. Ich versuche mir zu helfen. Da komme ich. So. Zwei sind schon weg. So. Nein, einer ist weg. Genau. Okay, erstmal erholen, erstmal erholen. Huch! 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 Was, Alter? Was? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Wuh! Komm her, Junge! Was denn? Davor ist noch einer von der Lagerhalle. Ich weiß. Und der fette. Hier zur Abschreckung nehme ich einfach so eine Leiche mit und werfe ihn die am Kopf. Ich nehme so eine Leiche einfach als Schal. Oh, scheiße. Das wird dumm. Du meinst also, der verteilt richtig eine Keule, oder was? Ja, ich würde ja echt wegrennen. Und mich nicht zurücklassen. Okay. Er hängt an Leichenfest. Der... Fick sich nicht. Was hat er denn für einen Balken? Genau! Der ist so groß. Also total unbalanced jeder Spiel. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich kann gar nicht aufstehen. Ich bin ein bisschen benommen hier. Immer nur einer am besten ran an ihn. Boah, der gibt dir einen. Er läuft so drei paar Schuhe durch, bevor du jetzt zum Stehen kommst, ey. Greif ihn dir. Greif ihn dir. Greif ihn dir. Greif ihn dir in die Enge. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Wo ist die Kiste? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Tu da gar nicht. Oh, scheiße. Tu da doch. Greif ihn von hinten an. Ihr habt seinen Rücken weg. Weggebrochen. Ich hatte seinen Rücken auch. Ich gehe ins Haus. Ich gehe ins Haus. Leck mich am Arsch. Mach was du willst. Ich gehe ins Haus. Oh, da komme ich gar nicht rein. Ich habe ihn. Können wir ihn beide packen? Ich fange ihn auch. Warte. Hol seinen anderen Arm. Ich habe seine Getarien. Er gibt dir eine. Er gibt dir eine. Ist hier irgendwo die Level begrenzt. Können wir ihn hier runterwerfen? Das ist eine gute Idee. Ja. Nein. Fall runter da, du Penis. Ja, hier. Jetzt kriegst du eine hier, du Penis. Ich schmeiß dich mit runter hier. Kann ich mich ja nicht festhalten. Ich kann mich ja nicht festhalten. Wieder gehts weiter. Jetzt gebe ich ihn richtig eine. Toll. Ich alleine komme noch nicht hoch. Kann ich mich auch mal da rüber werfen? Oh, scheiße. Jetzt haltet mich. Ich werfe mich wieder rüber, okay? Ja, mach. Das muss ich sehen. Hier, warte. Ich fange ihn auf. Wirf rüber. Komm schon. Komm schon. Der ist gerade verhindert, ey. Der liegt gerade von mir. Warte, ich rob mich rüber. Kann ich mich rüber robben? Ja. Juhu. Geil. Wir haben das Spiel quasi gerade gehackt. Alter. Die dritte Wand durchbrochen. Oh, jetzt kriegen wir ihn. Jetzt kriegen wir ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn fast. Ich glaube, er wird echt zurück. Ja, er wird nach Hause zu seiner Mutti. Voll auf den Sack geprüft. Ja, hier. So, jetzt bleibt noch Sandbox. Okay. Okay. Das ist einfach nur... Zum Testen, was möglich ist. Nein, zum Klopfen. Nein, weiter. Sandbox. Okay. Haben wir das hier auch schon? Nein, nein. So, du kannst mal auf den Knopf hier drücken. Cool. Wo drauf steht, click me? Ja. Ich mein, man könnte auch drauf schreiben, Vorsicht, sinnloser Knopf. Achtung, sinnlos. Nein, der ist ja nicht sinnlos. Ist das geil. Ja. Oh, hier ist... Oh, eine Windkraftanlage kann dagegen springen und dann zerteilt es mich? Wenn du gut bist, kannst du dich hier am Seil festhalten. Ich hab mich hier fest. Juuu. Das wird nichts. Am Seil? Warte, das Seil ist glaube ich vorne, ne? Äh. Das ist gar nicht so leicht. Du wirst es nie schaffen. Geh mal hinten zum LKW. Oh. Weil du es überlebst. Du kannst ja nach rechts an der Rolle festhalten. Du bist du quasi mit rüber gezogen. Oh, zum LKW wäre ich übrigens nicht gegangen. Da ist eine ganze Bande drin, wie man vielleicht gleich sieht. Ach ja? Wenn sie dann rauskommt. Könnte, wenn der könnte. Könnte. Deine Lügen sind genauso wie Bananen. Die kommen auch in den großen gelben Bündeln. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Mitkomm. Und wegwerfen. Nein. Nein. RTGG und da kommen die Gang zur Verstärkung. Ich glaube ich bin tot. Äh. Ja. Ich bin tot. Äh. Machen wir nochmal. Mach nicht diese. Mach andere. Wir können Jenga spielen. Äh. Man muss ganz vorsichtig diesen Block greifen und alles wegreißen. Nimm mal gleich zwei auf einmal. Ich reiß hier alles weg. Hier, Frauen um Schluss verkaufen. Oh. 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 Ich hab 5 Kilo Schein, aber jedes 8 Kilo Schein. Scheiße wird mir runtergefallen. Geht immer. Die beladen dann auch so den Koffer rum. Mit dem Knochen. Mindestens. Mindestens von der Beladung her. Sind im LKW noch welche drin oder da hinter der Tür? Äh. Im LKW. Okay. Ich kann gleich mal einen LKW die Schlucht runterziehen. Man kann den LKW ziehen? Das sagst du mir erst jetzt. Ich glaub man kann hier so alles ziehen. Man zieht fast der Hulk. Gucken wie sie ihnen gefällt den Abgrund zu laufen. Ja komm doch raus weißt. Komm doch raus. Ihr Lemminge. Komm doch raus weißt. Warum seid ihr jetzt so oder? Ihr habt doch sonst immer so viel Spaß. Der hat morgen richtig Muskelkater in den Arme. Ja. Nein. Uh. Das war blöd. Ja. Also wenn wir noch einiges auf uns zukommen. Ich glaub eine Runde machen wir noch ne. Hier im Sandbox oder? Ja doch. Ich will nochmal nach rechts gehen über die Brücke und so. Ja da war er noch gar nicht. Ich war der Blaupinner. Ja das ist gar nicht so handwalt da rüber zu gehen. Oh. Muss man hüpfen. Weiß die Scheiße auf hier. Ist hier vorne noch was? Ne Wippe ich werd bescheuert. Wippen sogar. Alter. Oh da war ich noch gar nicht. Alter. Alter das hab ich noch gar nicht gesehen. Alter. Warte auf mich. Da kann man Fußball spielen. Ich halt mich fest. Warte lass mich erst aufsteigen. Spring rauf. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich garantiere für nix. Warum bist du denn jetzt so? Lass uns Fußball spielen. Ja ich geh jetzt nach Hause. Oh. Äh. Sagen wir besser Handball. Da ist ein Tor. Oh da läuft der Tor. Ich fuhre. Touchdown. Ach. Trag ich dich oder du mich? Äh ich hab keine Ahnung. War nicht irgendwie eine Maue? Äh. Hatte ich auch so in Erinnerung. Aber gut. Das war mal ein kleiner Einblick in das Spiel Gangbeats. Vielleicht kommen noch mehr Folgen falls es euch gefallen hat. Ihr könnt ja mal was in die Kommentare schreiben. Also damit überhaupt mal was in die Kommentare schreibt. Ich seh grad hier im Hintergrund es gibt Brustbehaar und wie geil ist das denn? Es gibt alles. Ritte. Taucher. Ressler. 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 Äh. Ja gut. Ich sag je bis zum nächsten Mal bei irgendeinem Quatsch auf Flitz Hocs. Und. Ja. Haut rein ne? Michi wird's vielleicht auch noch was sagen. Tüblü. Ritter Wichsen. Ha. Geeeeeeeee02